Moin! Heute möchte ich mit euch über das Gruppenprinzip sprechen und warum unser soziales Wesen gegen uns verwendet wird, um uns manipulieren zu können. Das freimaurische Zerteile die Massen und Herrsch über sie kommt auf der ganzen Welt zur Anwendung. Und genau deswegen habe ich dieses Hintergrundbild von den zwei Pyramiden erstellt. Die rote Pyramide soll uns das Böse signalisieren bzw. die allgemeine Meinung, dass das jetzt das Böse ist. Und die grüne Pyramide soll uns das Gute bzw. die richtige Meinung, die korrekte Haltung oder das offizielle Narrativ darstellen. Bevor ich weiter auf dieses Bild eingehe, möchte ich euch ein Zitat von Lenin vorlesen. Der beste Weg, die Opposition zu kontrollieren, ist, sie selbst zu führen. Und genau das erleben wir. Weltweit. Querdenken ist zum Beispiel meines Erachtens eine kontrollierte Opposition gewesen. Ziel und Zweck war es, die Massen ruhig zu stellen und auch ihnen Geld aus der Tasche zu ziehen. Und gerade dieser Grund taucht immer wieder auf, also von Gruppen, die hier angeblich gegen die neue Weltordnung angehen. Und wird von Anhängern der jeweiligen Gruppen, also wenn man den exzessiven Spendenaufruf kritisiert, als Neid ausgelegt. Das liegt daran, dass Anhänger dieser Gruppe, und es ist wirklich egal, welche Gruppe das ist, in einen Beschützermodus schalten, sollte man diese Gruppe, der sie angehören, kritisieren. Selbst wenn diese Kritik berechtigt ist. Das spielt für die Anhänger der Gruppe keine Rolle, da sie ein verzerrtes Bild von ihrer Gruppe haben. Ja, lasst es mich so erklären. Wenn man in jemanden verliebt ist, dann tendiert man ja auch eher dazu, denjenigen durch eine rosa-rote Brille zu sehen und Negativ-Eigenschaften entweder gedämpft oder gar nicht wahrzunehmen. Fatal wird diese Denkweise, wenn man sein ganzes Herzblut an eine weltliche Bewegung verschenkt und diese eine kontrollierte Opposition ist und dich in die Irre führt. Beispiel Querdenken. Da sitzt der Anführer und Freimaurer Michael Ballweg gerade in Haft, weil ihm unrechtmäßige Verwendung von Spendengeldern vorgeworfen wird. Ob die Vorwürfe Stimmen oder nicht, das wird sich herausstellen. Mir geht es darum, dass Ballweg nach wie vor viele Anhänger hat, die ihn wie einen Helden feiern und jegliche Kritik als Angriff auf seine Person wahrnehmen. Anstatt also nüchtern und objektiv die Sache zu betrachten, und ich habe selbst in früheren Videos das massive Spendengeldaufrufen von Querdenken kritisiert, gehen diese sofort in einen Verteidigungsmodus über. Der Mensch ist eben ein soziales Wesen und ein Gruppenmensch und es gehört eine starke Portion Widerstand dazu, sich nicht auf eine Seite zu schlagen, sondern beide Gruppen, sofern es zwei Gruppen gibt, objektiv zu betrachten und zu beurteilen, was deren wirkliches Ziel ist. Doch wem folge ich nach? Mein Herr und Heiland ist Jesus Christus. Gottes Wort ist die Bibel. Und einzig und alleine Gottes Wort ist meine Autorität. Darum weiß ich, dass es keinen menschlichen Retter geben wird, der die neue Weltordnung verhindert. Denn diese ist das letzte Weltreich, bevor Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit wieder auf die Erde kommen wird. Von daher muss ich dir sagen, dass wenn du deine Hoffnung auf einen Menschen oder eine weltliche Gruppierung wirfst, du bitter enttäuscht werden wirst. Und die Gefahr, dass du nach der Entrückung der Gemeinde dem Antichristen verfällst und du das Mahlzeichen annimmst, ist umso realer, je stärker du dich jetzt von einem der Gruppen oder auch Bewegungen leiten lässt. Kommen wir zurück zum Bild. Ich möchte euch hier einige Begriffe zeigen, die ich in Gut und Böse aufgeteilt habe. Um meine Einordnung zu verstehen. Also ich hatte es ja vorhin schon einmal gesagt. Aber ich möchte das wirklich noch mal wiederholen. Ich habe mich persönlich für die Sichtweise des Mainstreams entschieden. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass das meine Meinung ist. Eines müssen wir lernen zu verstehen. Man wird uns immer ein Problem mit der dazugehörigen Lösung präsentieren. Doch beide haben einen einzigen Urheber. Und das ist Satan. Und alles, was von Satan kommt, ist böse. Das ist das freimaurerische Prinzip. Durch ihre Einteilung von Gut und Böse können sie bewirken, dass Menschen der für sie entwickelten Lösung folgen, ohne dass sie merken, dass die Freimaurer hinter beidem stecken. Ja, also die Freimaurer, das ist sozusagen die größte Gruppierung, die letztendlich hier die neue Weltordnung errichtet. Und so viele Menschen fallen darauf herein. Ja, also dass sie sozusagen der Lösung folgen, ohne zu merken, dass Satan dahinter steckt. Und das ist das Furchtbare. Die Menschen lassen sich steuern und wollen mit Jesus Christus und dem ewig gültigen Opfer, welches er am Kreuz auf Golgatha vollbracht hat, nichts zu tun haben. Ja, und das wird letztendlich ihr Verderben sein. Zurück zu meiner Einteilung. Der propagierte Klimawandel steht hier links, also ist böse. Und die gefeierte und positiv angesehene Klimaneutralität steht rechts. Doch beides sind Erfindungen vom selben Urheber. Denn immer wenn man Menschen als Leugner bezeichnet, geht es hierbei um Ideologie. Leugner müssen bekämpft und diffamiert werden. Leugnern hört man nicht zu und man darf ihnen definitiv keine Bühne geben. Gerade dieses Klimathema heizt sich schnell auf. Ja, das war ein kleines Wortspiel. Doch es geht letztendlich hierbei nur um die Konditionierung der Massen, um den kommenden Sozialismus, der im Kommunismus enden wird, zu akzeptieren. Beim Kampf gegen etwas kann man sich ein wenig wie ein Held fühlen. Auch wenn die Heizung dann im Winter wegen der gescheiterten Energiewende kalt bleibt, immerhin zeigt man die richtige Haltung. Aber diejenigen, die uns das hier eingebrockt haben, die werden nicht frieren oder künftig Insekten essen. So wie uns das World Economic Forum uns diese schmackhaft machen will, auch wenn unser Körper Chitin gar nicht verarbeiten kann. Aber hey, die richtige Haltung ist wichtig. Russland und die Ukraine dürfen hier als aktuelle Themen ja auch nicht fehlen. Hier haben sich unsere Mainstream-Medien auch sofort darauf geeinigt, wer der Bösewicht ist. Und genau deswegen habe ich ein Problem mit dem offiziellen Narrativ. Letztlich können wir festhalten, dass alle Nationen gottlos sind und ihre Knie vor dem kommenden Antichristen beugen werden. Und da ich mich schon in einem früheren Video über die aktuelle Krise geäußert habe, werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ja, der Begriff Reawaken Amerika wird vielen nicht geläufig sein, da diese Bewegung relativ neu ist. Ich sehe sie als QAnon-Fortsetzung und möchte euch einen Beitrag zeigen, wo über diese Bewegung berichtet wird. Ja, und dieser Beitrag wurde von einem liberalen Blatt geschrieben, also es ist halt eben eine Kritik. Reawaken Amerika hat definitiv etwas mit dem propagierten Great Awakening zu tun, welches von den, ja, Pfingstcharismatischen Gemeinden verkündigt wird. Es ist eine verführte Bewegung, die glaubt, dass man das Reich Gottes auf der Erde errichtet. Man glaubt, dass Amerika wieder eine gottesfürchtige Nation wird und bereitet sich auf einen spirituellen Kampf vor. Die Bilder, die ich euch jetzt hier gleich im Artikel zeige, beweisen das. Und da möchte ich einige mit euch besprechen. Ja, also es beginnt hier schon einmal mit dem Bild von einer Taufe, einer, ja, angeblichen Taufe. Aber ob das wirklich eine Taufe ist, um Zeugnis darüber abzulegen, dass man Jesus Christus als Herrn und Heiland angenommen hat, das bezweifle ich, weil er hier wird dazu aufgerufen, der Armee Gottes beizutreten. Und schon im ersten Bild sieht man hier ganz deutlich, was hier überhaupt angebetet wird. Es ist nicht Jesus Christus, es ist die Flagge, die für Amerika steht. Ja, Make America Great Again. Aber Amerika war niemals great und ist eine gefallene Nation wie jede andere auf dieser Welt. Also bei dieser Reawaken Amerika Tour, da mischen die Pfingst und Charismatiker mit. Und demzufolge wird da auch wieder das Wort des Glaubens gepredigt und das Wohlstandsevangelium und natürlich auch NAR, also die Neuapostolische Reformation wird dort auch verkündigt. Es geht halt eben wirklich darum, hier Gottes Reich auf dieser Erde zu errichten. Und ja, das ist hier wirklich ein irrleerer Potpourri. Dann treten da auch Nichtchristen wie zum Beispiel Roger Stone auf der ein Trump-Anhänger ist, beziehungsweise er gehört wirklich zu denjenigen, die Trump für das Weiße Haus vorgeschlagen haben. Und er ist auch mit Trump befreundet. Und Roger Stone ist selber auch eine sehr schillernde Persönlichkeit, der ja definitiv kein Christ ist. Diese Leute werden einfach bejubelt und beklatscht. Und ja, und hier haben wir dann den in Rente gegangenen Drei-Sterne-General Michael Flynn. Und zudem habe ich noch ein bisschen mehr zu sagen. Der wird hier wirklich auch so als Held verehrt. Also nach dem Motto so, ja, der steht für uns ein. Und also ich will gar nicht wissen, was der alles an Spendengeldern jetzt gerade einsammelt. Und ja, der Löwe, der als Präsident hier gemalt wird. Man sieht einfach hier wirklich so diese Heldenverehrung. Viele Leute ignorieren, dass jetzt gerade hier das Gericht der Welt vorbereitet wird. Natürlich, Trump darf nicht fehlen als goldene Statue, beziehungsweise ja, sie scheint ja bloß golden. Ja, diese Verehrung, also die Leute merken gar nicht, dass sie sich selber damit sehr lächerlich machen, wenn sie dann solche, so Klopapier kaufen, womit sie sich dann den Hintern abwischen können. Trump ist genauso böse wie Hillary. Da gibt es keinen, keinen Unterschied. Ja, das Bild fand ich auch wieder sehr eindrücklich. She plot against the King Hillary hier als böse Königin oder böse Prinzessin gegen ihren König Trump natürlich. Und sowas wird verkauft. Sowas wird verkauft. Aber mein König ist Jesus Christus und niemand sonst. Boah, dieses Bild fand ich auch ganz gruselig. Also erst einmal sagt die Bibel, wir sollen niemandem vor schnell die Hände auflegen. Und viele Pfingst- und Charismatiker ignorieren das. Die können gar nicht schnell die Hände auflegen zum Gebet. Das wird auch ganz sicherlich kein Gebet sein, sondern also so wie diese Frau hier angefasst wird. Ja, und auch hier diese andere Frau, die ihre Hände so in einer magischen Haltung hält. Das erinnert mich hier an einen Hexenzirkel. Ja, das ist, das ist kein, kein Gebet. Und die werden da sicherlich irgendwas proklamiert haben und so. Hier wird auch nicht nach dem Willen Gottes gefragt. Also hier wird auch nicht gebetet, ja, sofern es dein Wille ist. Nein. Hier wird proklamiert und befohlen. Es ist sehr gefährlich, sich vorschnell von jemandem die Hände auflegen zu lassen. Deswegen sagt die Bibel das auch. Wir sollen niemandem vorschnell die Hände auflegen. Das hier finde ich auch mit eines der traurigsten Bilder. Das Bild hier, auch wenn es gar nicht so auf den ersten Blick erscheint, ist für mich eines der traurigsten Bilder. Deswegen habe ich das hier nochmal vergrößert. Aber es drückt letztendlich wirklich alles aus, was diese Verführung ausmacht. Eine Frau, die mit der amerikanischen Flagge bekleidet ist. Ja, sie trägt die amerikanische Flagge und betet in Richtung der Flagge. Es ist sehr traurig. Ja, und da will ich euch hier unten diesen einen Text auch nochmal vorlesen. Da komme ich nochmal zu diesen angeblichen Taufen. Da wurde nämlich auch eine Frau interviewt. Eine Frau, die ein T-Shirt mit der Aufschrift Jesus ist mein Retter, Trump ist mein Präsident trug, sagte, sie lasse sich zum dritten Mal Taufen, weil sie in Zungen sprechen wolle. Eine Gabe, die gerade von einem Reawaken-Sprecher als die Artilleriebombe des Feindes bezeichnet worden war. Ich sag's ja, Verführung, wohin man blickt. Und viele von denen sagen Amen zu einem Gebet, welches an Satan gerichtet wurde. Die hören gar nicht mehr hin, die sehen einfach bloß, da betritt Michael Flynn die Bühne und er betet und das wird dann schon richtig sein. Ja, der Anführer dieser Bewegung oder eben dessen größtes Sprachrohr ist der in Rente gegangene Drei-Sterne-General Michael Flynn, den sicher einige als Befürworter Trumps kennen. Der Mann, auch wenn er bei Christen auftritt und Gebete spricht, ist kein Christ. Er hat nämlich vor einiger Zeit in der Öffentlichkeit ein Gebet von der Sektenanführerin Elizabeth Prophet vorgelesen, die ein Untergangskult anführte und behauptete, dass 1990 die Welt untergehen würde. Ja, das ist hier der Text, den er vorgelesen hat. Ich zeige euch jetzt ein Video, wo Michael Flynn und Elizabeth Prophet sozusagen zusammengeschnitten wurden, um zu beweisen, dass es das ein und dasselbe Gebet ist. Die deutsche Übersetzung zeige ich euch danach im Anschluss. We are your instrument of those sevenfold rays and all your archangels, all of them. I am here, oh God, and I am the instrument of those sevenfold rays and archangels. We will not retreat. We will not retreat. We will stand our ground. And I will not retreat. I will take my stand. We will not fear to speak. We will be the instrument of your will. Whatever it is. I will not fear to speak. And I will be the instrument of God's will, whatever it is. In your name. And the name of your legions. Here I am. So help me God. in the name of Archangel Michael and his legions. We are free born. And we shall remain free born. I am free born. And I shall remain free born. And we shall not be enslaved. By any foe. Within or without. And I shall not be enslaved. By any foe. Within or without. Es ist sehr wichtig, dieses Gebet aufzuschlüsseln. Denn dieses Gebet beweist, dass Michael Flynn ein Satanist ist. Und er mit diesem Gebet Satan angerufen hat. Dass von siebenfachen Strahlen gesprochen wird, ist kein Wunder. Denn der Satan selbst verstellt sich ja als ein Engel des Lichtes. Es ist auch nicht verwunderlich, dass dreimal die Wörter Ich bin groß geschrieben sind. Denn Ich bin ist der Name Gottes. Und Satan will Gott sein. Und es ist natürlich auch satanisch, zu einem Erzengel zu beten. Zu Engeln generell. Engel sind dienstbare Geister. Aber wir beten nicht zu ihnen. Und wir sprechen auch nicht mit ihnen. Und in der New Age Bewegung und in der Esoterik spielen Engel eine sehr große Rolle. Deswegen muss man immer sehr vorsichtig sein, wenn manche Leute uns ja lehren wollen, dass wir Engel anbeten sollen oder zu ihnen sprechen oder so weiter und so fort. Darin kann man auch erkennen, dass diese Leute höchstwahrscheinlich Irrlehrer sind. Und ich spreche eben jetzt hier von Menschen, die sogar Kirchen gründen. Es ist auch kein Wunder, dass in diesem satanischen Gebet von Legionen gesprochen wird und der Name Jesus Christus kein einziges Mal verkündigt wurde. Natürlich gibt es Legionen von Engeln. Aber als ich das Wort Legionen zum ersten Mal gelesen habe, da fiel mir etwas anderes ein. Und zwar die biblische Geschichte, wo Jesus Christus einen Besessenen heilt. Und ich lese sie euch vor. Das ist Markus 5, Vers 1 bis 13. Und sie kamen ans andere Ufer des Sees in das Gebiet der Gardarena. Und als er aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm sogleich aus den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen, der seine Wohnung in den Gräbern hatte. Und selbst mit Ketten konnte niemand ihn binden. Denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden, aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit Tag und Nacht auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Als er bei Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, schrie mit lauter Stimme und sprach, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Denn er sprach zu ihm, fahre aus dem Menschen aus, du unreiner Geist. Und er fragte ihn, was ist dein Name? Und er antwortete und sprach, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Land zu verweisen. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Schweine zuweide. Und die Dämonen baten ihn alle und sprachen, schicke uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Und sogleich erlaubte es ihnen Jesus. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See. Es waren aber etwa 2000 und sie ertranken im See. Der arme Mann war besessen von 2000 Dämonen. Und das fiel mir ein, als ich das Wort Legionen gelesen hatte. Michael Flynn hat sich mit diesem Gebet viel Kritik eingehandelt und sah sich gezwungen, eine Stellungnahme abzugeben, dass er kein Satanist sei und mit diesem Gebet zum Erzengel Michael gebetet hat. Eine Erklärung, warum er den exakten Wortlaut des Gebets von der Sektenanführung Elisabeth Prophet vorgelesen hatte, konnte er nicht bieten und schwieg gänzlich dazu. Wenn man den Geist der Bewegung prüfen will, und dazu ruft die Bibel uns auf, sonst werden wir eben auch schnell verführt, dann ist es gut, sich die Anführer anzusehen. Genauso, wie es mit der von den Mainstream-Medien viel beachteten Black Lives Matter Bewegung auf sich hat. Ich hatte ja schon mal in einem Video darüber berichtet, dass deren Anführerinnen ganz offen darüber sprechen, dass es sich hierbei um eine marxistische Bewegung handelt und auch mindestens eine Anführerin Kontakt zu Geistwesen hat, also zu Dämonen, und sie diese regelmäßig anruft. Das Video verlinke ich euch auch in der Infobox. Beide Bewegungen stammen also eindeutig vom selben Urheber. Aber Re-Awaken Amerika wird von den amerikanischen Medien kritisiert und Black Lives Matter wird hochgejubelt. Der Geist ist dennoch derselbe. Natürlich muss ich die alternativen Medien und die Mainstream-Medien ansprechen. Es ist ja wirklich so, dass sich dort zwei Gruppen herausgebildet haben, und die eine Gruppe wirft der anderen vor, ein Schlaf scharf zu sein, und diese wirft ihrem Gegenüber vor, dumme Verschwörungstheorien zu entwickeln und diese sogar zu glauben. Problematisch ist, dass letztendlich beide Gruppen ihren Medien fast schon bedingungslos glauben, und das ist gefährlich. Denn wenn ich nicht objektiv bleibe und prüfe, zumindest so gut wie ich es nur kann, ob das, was man mir vorsetzt, der Wahrheit entspricht, dann ist die Gefahr groß, dass man mich wie eine Kuh am Nasenring durch die Manege führt. Auch wenn ich persönlich die alternativen Medien der Mainstream-Medien vorziehe, bedeutet das noch lange nicht, dass ich beim Lesen der Nachrichten meinen Kopf ausschalte und das, was sie mir vorsetzen, einfach konsumiere. Ich kann dir auch nur raten, kritisch zu bleiben, weil beide Gruppen letztlich von Satan gesteuert werden. Denn es handelt sich überwiegend um Menschen, die Jesus Christus nicht als Herrn und Heiland angerufen haben. Viele Journalisten von den alternativen Medien glauben, dass man hier gegen das Böse angehen kann. Und das ist einfach nicht wahr, denn die Bibel wird sich erfüllen. Über den C-Ausschuss habe ich mich ja auch schon mehrfach geäußert und auch vor kurzem ein Video gemacht, wo ich zeige, dass die angebliche Trennung zwischen Firmig und Fischer doch nicht so stringent abgelaufen ist, wie sie uns weismachen wollen. Immerhin fließen nach wie vor Spendengelder auf das Konto von der Firma, die von Fischer und Firmig gegründet wurde. Ich möchte dennoch anmerken, dass ich viele Interviews sehr interessant und aufschlussreich gefunden habe und auch denke, dass viele der dort Interviewten glauben, dass man hier dagegen angehen kann. Der Ausschuss selbst ist meiner Meinung nach aber von der Regierung gegründet worden, um eben ein Ventil zu haben und um die Menschen zu beruhigen, sie auch quasi einzulullen. Dasselbe Prinzip des komatösen Status hat übrigens auch QAnon angewendet. Und es gibt tatsächlich Menschen, die behaupten, dass Trump der geheime Präsident des Landes ist. Ja, so weit geht das schon. Dazu fällt mir nun wirklich nichts mehr ein. Die Mainstream-Sichtweise sieht Trump als böse oder eben Problem an und Biden als gut bzw. als die Lösung. Und mir ist wichtig nochmal zu betonen, dass Trump und Biden beides Satanisten sind und sie letztendlich das ausführen, was der Deep State beschlossen hat. Politiker sind nur Marionetten. Aber gerade Trump und Biden spalten vortrefflich die Menschen. Und Trump hat eine Faszination auf viele Anhänger, die beweist, dass eindeutig eine dämonische Macht hinter ihm steht. Erinnert euch an Obama, der ja auch von vielen Deutschen gefeiert wurde, noch bevor er Präsident wurde. Ich werde nie seinen Auftritt am Brandenburger Tor vergessen, wo viele ihm frenetisch zujubelten. Aber nachdem er allerdings zum Präsidenten gewählt wurde, flaute die Obama-Manie relativ zügig ab. Doch bei Trump ist das anders. Noch heute haben viele Republikaner das Gefühl, bei der Wahl betrogen worden zu sein. Und dass dort etwas faul ablief, will ich auch gar nicht bestreiten. Allerdings gehören Trump und Biden zu denen, die hier die neue Weltordnung planen und spielen uns halt eben nur die Rolle von Gut und Böse vor. Doch das erkennen viele Anhänger von Trump und Biden nicht. Ja, wie ich schon gesagt habe, die Faszination gegenüber Trump hält bis heute an. Auch wenn er sich frauenfeindlich geäußert hat und auch einige Male sein Lieblingsgedicht vorgelesen hatte, welches von einer Schlange handelt, er besitzt ganz offensichtlich bei einigen Narrenfreiheit. Er soll sich ja zur Wiederwahl aufstellen lassen und ich bin gespannt, ob die Gemeinde Gottes noch auf der Erde sein wird, wenn der nächste Präsident der USA gewählt wird. Sollte Trump wieder zum Präsidenten gewählt werden, befürchte ich einen Bürgerkrieg. Denn Bidens Anhängerschaft gehört zu den sogenannten Liberalen und von denen sind einige Black Lives Matter und Antifa-Befürworter. Die Faszination gegenüber Trump ist jedoch nicht nur auf die USA begrenzt. In Israel wird er ebenfalls von vielen respektiert und verehrt. Ihm wurde eine Münze gewidmet, auf der er mit König Cyrus verglichen wird. Und ein künftiger Bahnhof, und das wird nicht irgendein Bahnhof sein, sondern der, der direkt in der Nähe zum kommenden dritten Tempel gebaut wird, der wird nach ihm benannt. Auch in Deutschland gibt es einige Christen, die tatsächlich glauben, dass Trump ein Christ ist und die Welt zu einem besseren Ort machen könnte. Doch diese Welt hier steuert auf den kommenden Antichristen zu. Und dieser wird der alleinige Herrscher der Welt werden und ein Mahlzeichen fordern. Und ab dem Zeitpunkt seiner Offenbarwerdung wird es keine Demonstration mehr geben, kein Great Awakening und auch keinen Ausschuss, der dagegen angehen wird. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die sich ärgern, wenn ich so etwas sage. Aber die Bibel wird sich erfüllen. Und ich hoffe, du lässt dich von Jesus Christus retten, ehe die Gnadenzeit hier abgelaufen ist. Ja, nun bin ich zum Ende der Tabelle angelangt. Ich habe mich ja schon oft über C und diese Spritze geäußert. Beides stammt von Satan. Und es betrübt mich sehr, wie viele Christen verführt sind und in dem Zeug einen Segen Gottes erkennen können. Haben diese Kontergan vergessen? Den Filmausschnitt, den ich hier euch zeige, handelt von Harry Rack, der noch immer um Anerkennung bei der Kontergan-Stiftung kämpft, damit er entschädigt wird. Und ihm geht es vielen Kontergan-Opfern. Damals wurden Beruhigungstabletten, die vor allem auch effektiv gegen die morgendliche Schwangerschaftsübelkeit halfen, auf den Markt gebracht und verkündet, dass Schwangere diese bedenkenlos einnehmen können. Doch dem war nicht so. Kontergan ist nur ein Skandal von vielen. Wir sprechen hier von Firmen, die ganz offen darüber reden, dass sie Märkte erschließen. Wisst ihr, was diese Firmen von uns halten? Wir sind viel für die. Das bedeutet, dass sie davon leben, dass Menschen krank sind. Glaubt ihr wirklich, dass es ihnen um unsere Gesundheit geht? Als ich, ich glaube, das ist ein Jahr her, bei meinem Hausarzt saß, hörte ich mit, wie die Sprechstundenhilfe zu einer Patientin sagte, dass sie sich auch trotz der Tatsache, dass diese 28 Tabletten täglich einnimmt, bedenkenlos spritzen lassen kann. Ich dachte, ich höre nicht richtig. 28 Tabletten täglich. Denen ist unsere Gesundheit. Damit meine ich hier diese Firmen. Und entschuldigt, dass ich so offen spreche? Scheißegal. Je mehr wir von ihrem Zeug schlucken, desto höhere Profite verbuchen sie. Aber auch die CEOs von diesen Firmen werden eines Tages Jesus Christus die Knie beugen und bekennen, dass er der einzig wahre gerechte König ist. Und er wird sie für ihre Verbrechen gerecht richten. Und auch deswegen, weil sie eben keine Buße für ihre Sünden getan haben und das Opfer am Kreuz abgelehnt haben. Ja, und das ist die Tatsache. Entweder du nimmst das Opfer am Kreuz an, lässt sich retten von Jesus Christus, der die Sünden der Menschheit getragen hat, und gehst damit auf den schmalen Weg, der in den Himmel führt, die Erlösung deiner Seele, ewige Glückseligkeit beim Herrn. Oder du gehst auf dem breiten Weg weiterhin, lebst dein Leben in Sünde, ignorierst die Tatsache, dass jeder Mensch irgendwann sterben muss, und nimmst dann das Mahlzeichen an. Es wird in der baldigen Zukunft gefordert werden vom Antichristen. Er wird sich offenbaren. Davor wird die Gemeinde Gottes entrückt werden. Millionen Menschen werden von der einen Sekunde auf die andere verschwinden. Es ist vollkommen egal, wie fantastisch das klingt. Aber es wird geschehen. Es wird geschehen. Ich hoffe, dass du ein Kind Gottes bist. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann hoffe ich, dass du weißt, wer du in Christus bist. Dass du mit dem Heiligen Geist versiegelt bist, der das Unterpfand unserer Erlösung ist. Und dieses Siegel kann niemand brechen. Wenn du noch kein Kind Gottes bist, kann ich dich bloß dazu aufrufen, umzukehren. Niemand will heute etwas von Sünde hören. Und ich spreche dich hier nicht mit einem erhobenen Zeigefinger an. Ich bin nicht mit einer Bibel auf diese Welt gekommen. Ich habe ein sehr sündiges Leben gelebt. Ich war in einer offenen Rebellion gegen Gott. Ich bin Gott so dankbar, dass er sich mir offenbart hat, dass er mein Leben gerettet hat, als ich nicht mehr leben wollte. Aber ich habe mich eben auch, nachdem er mein Leben gerettet hat, nicht sofort bekehrt. Ich glaube, das hat noch mindestens ein Jahr gedauert, wenn nicht sogar anderthalb Jahre, bis ich mich dann durch einen Bibelferst, nämlich durch Jakobus 1, 22, bekehrt habe. Und wenn ich heute darüber nachdenke, dass ich so kurz davor stand, in diese ewige Verdammnis zu gehen, dabei habe ich mich damals bloß gesehnt, den Frieden zu haben. Ich hatte keinen Frieden. Aber ich wäre in die Hölle gekommen. Ich habe zwar an Gott geglaubt, aber ich wollte keinen Herrn haben. Und das ist letztendlich auch die Lüge des Feindes, dass er uns einredet, dass Gott wie ein Sklavenhalter über uns herrscht. Dabei ist es Satan, der die Menschen versklavt. Er versteht es sehr gut, den Menschen einzureden, dass sie sich über die Gedanken, also was nach dem Tod passiert, dass sie sich darüber keine Gedanken machen sollen, dass sie einfach ihr Leben leben sollen, dass sie das Leben genießen sollen. Das ist das erste satanische Grundprinzip. Tu, was du willst. Lass es dir gut gehen. Genieße das Leben. Das ist die Verführung dieser Welt, dass der Satan dich mit allen möglichen Sachen hier bewirft, mit allen irdischen Dingen, bloß damit du dich nicht mit der wichtigsten Frage beschäftigst, nämlich was mit deiner Seele nach dem Tod geschieht. Und lass dich nicht beirren. Jeder von uns erwartet ein ewiges Leben. Aber es gibt bloß zwei Orte. Die einen sind beim Herrn und Heiland, bei Jesus Christus im Himmel und werden auf diese Erde hier wiederkommen. Und nach der tausendjährigen Herrschaftszeit von Jesus Christus wird es eine neue Erde und einen neuen Himmel geben, wo dann nur noch Kinder Gottes auf dieser Erde leben werden. Ja, und diejenigen, die Jesus Christus abgelehnt haben, die nichts mit ihm zu tun haben wollten, die werden in die Hölle kommen. Die Hölle allerdings wurde für Satan und seine Dämonen erschaffen. Der Weg zur Erlösung ist frei. Es liegt alleine an dir, ob du Ja zu Jesus Christus sagst, ob du daran glaubst, dass er Gott ist, dass er am Kreuz deine Sünden getragen hat, dass er auferstanden ist, dass er wiederkommen wird, ob du Jesus Christus als deinen Herrn und Heiland anrufst. Oder ob du jetzt weiter dein irdisches Leben lebst, ja vielleicht auch im materiellen Luxus schwelgst und die Tatsache ignorierst, dass du auf den breiten Weg gehst, der in die Hölle führt. Ich mache hier diese Videos, um eben vor diesem breiten Weg zu warnen. Und ich hoffe, ich hoffe, dass du Jesus Christus als deinen Herrn und Heiland anrufst. Denn er ist der einzige Weg, der einzige Weg, der zur Erlösung führt. Möge der Herr dich vor dem Bösen bewahren und dir die Wahrheit zeigen, solange noch Zeit ist.